Herzlich Willkommen zurück zu Fallgeist mit Jorobai in den schwindelnden Höhen. Außer er hat die gerade nicht. Ich habe schwindelnde Höhen. Ich habe Türen. Ich habe weggehext. Abgewonnen. Jetzt schon Finale. Die drehen sich ja scheiße. Ich habe vier Spiele gefunden, deswegen jetzt schon Finale. Nur vier Spiele. Da spielt keiner mehr vor. Du, endlich Season 2 demnächst. Wenn die Videos rauskommen, ist Season 2 schon gestartet. Warum macht ihr das Spiel denn noch, wenn eh schon Season 2 läuft? Was Season 2 wahrscheinlich nur das gleiche ist mit anderen Skins. Mal gucken. Andere Maps werden auch sein. Ja, zwei Stück oder was? Die nie kommen. Eine Final-Map? Ja, sehen wir nie. Okay, gut. Und äh, was weiß ich. Eine ganz zu Anfang. Und dafür nehmen die, die müssten glaube ich auch mal, also die, ich weiß auch nicht. Ich finde auch, die müssten mal welche von denen, die sie haben, ein bisschen, ein bisschen verbessern. Äh, die randomisen haben sie ja schon drin. Das stimmt, aber ich finde, dass sowas wie dieses, äh, wo du den Weg, ich sag immer, das wo du den Weg finden musst. Das ist das dümmste Spiel überhaupt. Weißt du? Mhm. Mhm. Das finde ich blöd. Und Memory. Bei Memory sterben zu wenig. Das wurde letztens noch in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, wir hatten nämlich eine Runde lassen. Wir sind null gestorben bei Memory. Ist ja auch ein dummes Spiel. Stell dich einfach dahin, wo die meisten stehen in der letzten Sekunde. Win. Du musst dich mal aufpassen. Das hat auch nix. Ja, eben. Er stellt sich dahin, wo die meisten Leute sind in der letzten Sekunde. So. Es wäre cool, wenn man überleben würde, da, wo du die meisten noch hinkrießt. Weißt du? Hä? Wenn du die anderen verarschst, dass du dann überlebst, aber die anderen fallen runter. Ja, mach das mal. Verstehst. Und hier sollten Vögel doch auf deinen Kopf kacken. Und wenn sie dich treffen, bist du auch raus. Finde ich. Ist auch hier. Mein Gohn, ich sterbe hier oft genug eigentlich, aber... Ich sterbe hier meistens an den anderen Rollen. Das ist dann einfach diese Unaufmerksamkeit, die dir irgendwann einsetzt. Und du denkst so... Ja, weil du denkst... Und dann fällt so runter. Easy peasy game. Ich denke mir, manchmal kann man das Spiel eigentlich schaffen, wenn man sich nur auf zwei Rollen bewegt. Ja, klar. Immer hin und her laufen. Boah, neun schon raus? Elf? Was geht hier ab? Zwölf? Was ist das Sinn? Das ist ein krasses Game. 13. Was geht mit denen? Alle gesoffen, oder? Werden, glaub ich, runtergeschubst die meisten. Ja, in der Mitte war gerade Action. Ja, in der Mitte war gerade Action. Ich bin heute ein Milkshake. Mein Milkshake brings the Fall Guys to the Yard. Hab ich schon gesehen? Ich bin und bleib das Zebra. Das einzige Skin, mit dem ich ihren Sieg gekriegt hab. Never change a winning skin. Der Glückszebra. 15. Qualifiziert. Jawoll! Der war hart, ne? Krasses Spiel. Krasses Spiel. Krasses Spiel. Da wurden alle meine Fähigkeiten rausgeholt aus mir. Loser, Alter. Loser, Alter. 24 Leute. Das heißt, es kommt nochmal Schleimkraxler. Oder Schweifen. Hatten wir ja auch schon mit 20. Fußball. Oh, Reifenspringer. Reifenspringen. Mit drei Teams. Ei, ei, ei. Ja, ein Drittel, ne? Und dann Fußball nochmal. Und dann Finale. Ich geh direkt. Aber das hier hatte ich schon länger nicht mehr. Mach ich auch nicht. Ist auch ein Scheißspiel eigentlich. Ich hab direkt den ersten Reifen von uns. Schnee Fias. Ich hab auch einen. Oh! Voll gegen den Ring gejumpft. Ich bin der beste Teammate, den wir haben. Ich sollte die Seiten aufteilen. Einer auf der anderen Seite. Einer hier. Okay, gehst du auf die andere Seite? Naja, ich geh rüber. Oder es ist gerade smart, dass wir hier zusammen auf einer Seite sind. Ah fuck, dass er den noch gekriegt hat, ist dreist. Sehr gut, aber wir haben ein gutes Team. Oh, ich hab einen goldenen. Nein, doch nicht. Doch, wir haben einen goldenen. Okay, sehr gut. Ich dachte, er ist genau auf meiner Höhe. Aber er war einen Tacken höher. Zack, zack. Zack, zack. Die Loser hier, ey. Das ganze rote Team ist hier hinten bei mir. Was sollen sie machen? Wir sind gut dabei. Rot ist gerade richtig am ablosen. Oh, Rot ist aber auch echt gebeutelt gerade. Das ist natürlich ärgerlich für Rot. Er ist gesprungen und dann kam... Oh nein, er packt hier ins Ding rein, ey. Einer ist hier gerade durch den Ring gesprungen und hinter ihm kam dann noch einer. Oder er war ein goldener. Hat den einer genommen. Ich wollte nur gucken, wie du rumbugst, deswegen bin ich hier gewesen. Ich bug? Nee, hier so ein roter, das rote Einhorn hier ist eben in den Fußboden gebugt. Ja, chill. Seitdem habe ich auch nicht wirklich viel gemacht, seitdem das da rumgebugt hat. Aber wir haben 42. Denken wir mit 42. Mit 42 habe ich noch nie jemanden verlieren sehen, ja. 44, 45. Ja, wie wird Team Rot das jetzt auch aufholen? Ich mach jetzt noch E-Mouth. Ich mach jetzt nur noch E-Mouth. Ich mach jetzt nur noch E-Mouth. Boah, hast du den gesehen, ey, wie er da hochgelackt ist? Krasser Typ, ey. Wir waren Ringschatten, aber der Ring ist nie gekommen. Einen will ich noch. Bevor es zu Ende ist, ja. 51, 53. Boah, unser Team ist so krass, ey. Wir haben sogar Gelb überholt. Wir haben 55 oder so. Arme Team Rot, ey. Direkt zerstört. Wir zerstören Team Rot. Ich finde, Team Gelb sollte auch rausgeworfen werden, weil wir einfach auch mehr als vier hatten. Die sind auch nur noch zu viert. Fünf Gelbe sind es. Ne, sieben. Ach so, Rot ist zu viert. Die haben gelieft, ja gut. Ne. Die waren schon im Spiel nur noch zu viert. Finale. Ei, 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 ei. Das kann jetzt gut laufen, das kann jetzt auch richtig, richtig beschissen laufen. Das ist richtig RNG wie in den scheiß Früchten. Also wenn wir, wenn wir verlieren, dann habe ich einen Disconnect. Alter, viel. Und ich starte ganz hinten. Wir machen die Sprungboost. Oh, der Apfel. Oh, der Apfel hat mich erwischt. Ich bin direkt runtergefallen. Oh, nee, fehlt, das reicht uns nicht. Was denn ist das hier? Warum sind denn hier 50 Millionen Früchte auf der rechten Seite? Oh, oh mein Gott! Ja, eh. Was ist das? Oh, ich bin Luna, oder? Aber die werden alle erwischt. Wir haben gute Chancen, Goro. Boah, ich bin zwischen Orange und Apfel, Alter. Nein, oh, ich hab mal so einen Apfel. Oh, da ist noch eine. Hä? Das Ding schießt mehr Früchte als sonst, oder? Kann das? Oh, da kommt die Eindelbeeren. Oh, je, die Blaubeeren. Oh, links, links ist der Weg gewesen. Ne, Mitte ist grad gut. Goro. Nix. Ne. Das war nix. Oh, ich hatte ein Diskontakt. Warum sind denn das? Wie kann das sein? Ich hatte ein Diskontakt. Da wurden einfach 50 Früchte mehr geschossen als sonst. Du bist auch raus, ne? Ja, ja. Oh, du schaust noch zu. Nee, ich bin raus. Mach mal andere Outfits jetzt. Ist es das? Mit anderen Outfits. Was hab ich denn so für ein Outfit? Bin doch schon anders. Was kann ich denn? Bin doch schon anders. Ich kann mir einen ungewöhnlichen Farbverlauf kaufen. Alles, was ungewöhnlich ist, nehmen wir. Dann will ich noch eine andere Farbe haben mit das hier. Sehr gut. Ich hab eine Krone ausgegeben geworden. Krass, Mann. Sehr gut. Ich bin ready. Warte. Wait for it. Ist noch eine andere Hose. Boah. Dort schmerzt so ein bisschen in den Augen. Farbverlauf, Alter. Hast du das Einhorn im Tütü gesehen? Das du bist. Ja. Wunderlich. Das Tütühorn sozusagen. Tütü. Verstehst? Tütü. Tütü. Verstehst? Weil ich einen Tütü anhab und ein Einhorn bin. Seitdem dein Rechner wieder halbwegs läuft, das geht's dir nicht gut. Da geht's mir sehr gut seitdem. Da ist alles ok. Aber könntest du jetzt nicht nochmal ausprobieren, ob die alte SSD Fehler war und einfach Windows nochmal drauf installieren und ausprobieren. Ja, das könnte ich. Ne, lass mal. Sonst hängt sie da vor Ort. Hast du die jetzt wenigstens als Datengrab benutzt? Da sind meine Videos drauf, meine gerenderten. Ja, das ist immer sehr gut, wenn die dann kaputt gehen. Ist nicht schlimm. Ja, wieso? Die sind ja hochgeladen. Hä? Hier ist ein Affe hinter mir. Also eigentlich render ich und lad dann auch direkt hoch. Ja, kommt bei mir drauf an, wie viele Videos ich gerendert habe. Wenn ich einen ganzen Stream gerendert habe, dann manchmal nicht. Ich habe ja auch nicht dänisches Internet. Ich habe hier deutsches Internet. Da dauert der Upload für ein Ghost of Tsushima Video halt auch manchmal länger. Oh, bei mir dauert so ein Upload ja auch lange. Ja, total. Und wenn ich gerade nicht ins Büro muss... Juhu! Was passiert? Ich war hochkatapultiert. Oh, und bin durch hier. Oh, ich bin voll auf das... Oh, das war ja... Punktlandung. Oh, das ist sehr nice. Ja, ist ja nice. Oh, eine Punktlandung. Ach, komm. Egal, gehen wir hier lang. Goro ist auch nicht weiter, obwohl ich schon zweimal gefehlt habe. Ah! Bist du gefallen? Ja. Lol. Wie so ein... Wie so ein richtiger Nu... Oh, Juhu! Da hat sich das Ding noch erwischt. Ich habe das genau gesehen, wie es dir die Beine weggefetzt hat. Das war aber nicht das Ding, das war ein Mitspieler. Nee, das Ding hat dir die Beine weggefetzt. Ich habe das gesehen. Ich schwöre auf deine Omi. Schaffst du es? Das ist die erste Runde, ich will nicht raus. Wo ist er denn da? Goro! Oh nein. Oh nein, Goro. Nein! Shit! Egal, spiel weiter jetzt. War das die erste? Ja, spiel weiter. Das macht nichts. Ich bin... Also, ich bin vier oder fünf oder sechsmal runtergefallen. Von daher... Man verliert in der ersten Runde nicht Goro. Das weiß ich! Ist okay jetzt. Ist okay. Ich kann damit leben. Alles ist gut. Und schon hat er sich wieder zwei Burger reingefiffen, weil Frust essen, ey. Alles ist gut. Und währenddessen schiebt er sich die Burger so rein oder die Schokolade so... Boah! Das ist gut! Oligas Pfannkuchen. Deftige oder süße? Sowohl als auch. Boah! Ich halte von deftigen Pfannkuchen ja nichts. Wat? Ne, wenn, dann müssen das süße Pfannkuchen sein. Schön mit Salami und Käse. Kannst auch Pizza essen, Alter! Aber es sind keine Pfannkuchen. Kannst du auch... Wenn du dir noch Tomatensauce drauf machst, hast du Pizza. Kannst du auch eine Pizza machen. Sag nicht, dass das nicht so ist. Ne, es ist nicht so. Ja, denen mögen ja auch komische rote Hot Dogs. Die schmecken auch gut. Achja, ich muss ja hier den... Ich weiß gar nicht, wie sagst du jetzt aus? Farbverlauf, ne? Pink. Äh... Y89. Ja. Die Zahl kenn ich mittlerweile. Aua. Da ist er. Ui. Ui. Schön an der Seite lang, dann kannst du Erster werden. Mhm. Da gedodged. Uh. Oh, da wird nix mehr mit Erster. Oh, da wird nix mehr! It's egal. Ah ja, Top 50. Die wurden da gemacht. E-Mode. E-Mode. Also manche von den Skins sind echt abgrundtief hässlich, ne? Oh nein, jetzt dreht die Kamera sich unendlich lange? Okay. Ja, bei mir auch. Du hast den Stick auch gedreht im letzten Moment. Ja. Darf man nicht machen. Nee. Okay, wer gewinnt denn die Runde? Der Affe. Also tendenziell... Wir haben zwei Affen. Warum haben wir so viele Affenskins auf einmal hier drin? Tendenziell würde ich sagen... Der Feuerskin gewinnt, Alter! Das ist einer mit Feuer. Der mit Feuer gewinnt, ey. Aber es gibt keine Skins, die ich so noch nicht gesehen hab. Das Feuermuster kannte ich nicht. Der orange, ne? Der ist sogar orange. Der hat ein Feuermuster drauf. Das kannte ich nicht. Ach, das hab ich schon mal gesehen. So, der Nephi ist jetzt. On the run, hier. Ach, du bist ja tot. Ich dachte jetzt... Wo ist denn der Goro? Der früher stirbt, ist länger tot, Nephi. Ui. 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 Da werden sie umgesenzt. Ui. Wozu umgesenzt? Nee. Jetzt aber. Ui. Durchgeflutscht ist er. Dann hat er ne Flutschfänger gemacht. Wie man so schön sah. Finger nass gemacht und ins Ohr gesteckt. Oh Gott. Oh, die hat's los. Ist ein bisschen Delay. Warum fallen die Dinger denn nicht runter? Ja, wir fallen die ja nicht runter. Ach, wir fallen die ja nicht runter. Das ist ein Boho-Spiel, ey. Ui. 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 Reingelackt, ey. Mein Fleisch ist komplett runtergeschürft, aber blutend komme ich ins Finale. Aber Nephi ist echt reingelackt. Wie jedes Mal. Mit Sekundenkleber einschmieren war ne gute Idee. Oh mein Gott, ey. Ach komm. Jo, alles klar, alles klar. Renni, wie weiche die fliegenden Früchten aus und renne das Förderband hoch. Ja, und der Beefy in der Mitte. Das ist für mich immer noch ne Beefy. Der Feuerskin ist auch noch drin. Wir können das Recht haben. Sache da. Beefy. Oha. 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 Ne, hab ich nicht. Aber alle, guck, alle haben es irgendwie. Jeder gesehen die Früchte. Beefy. Banane. Schau jetzt nicht. Wenn die mich jetzt nicht wegfetzen lassen, dann... Mitte ist eins. Oh, da war ne Melone. Oh, die Beefy. Lasst euch doch mal wegfetzen. Ne, das wird nix. Boah, ey. Jetzt wird das erst recht nicht. Ja, das wird nix. Da ist es. Nein, nicht ganz. Da sind noch zwei hinter dir. Jo, ich glaub, du hast es nicht geschafft. Ich hab aufgegeben. Ja. Ich geh raus. Ein Runde hab ich geschafft. Leute, schade ist es, dass der Nephias es doch nicht besser gemacht hat. Schade ist es, dass der Nephias es nicht besser gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Daumen nach oben und spendet Goro mir 50 Euro. Danke. Tschau. Bis zum nächsten Mal.